So, for fuck's sake, yo, Titel update, was wollt ihr denn von mir, Alter? So, ich muss erstmal kurz hier, kurz einstellungmäßig, weil das geht gar nicht. Das geht gar nicht die Mucke hier. Zumindest für YouTube geht die Mucke gar nicht. Äh, wenn ich wüsste, was das ist. Spiel halt, ja. Gute Mucke ist es zwar, aber, nee, Kommentator sowieso raus, weil da bin ich jetzt hier, Kommentator. Audio, wenn ich ja scheiße. Menümusik, Menüeffekte, ja das, passt. Gut, das Hexelgösschen. Hatis, egal. Gut, äh, jo, das war's, passt. Warte, warte, fack, da war irgendwas wegen Streaming, warte, 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 warte. Audio. Für Spiele, Streaming, Musik, Deaktivieren. Du streamst FC, nimmst deine Spiele auf, sie ist einsteigend, Deaktivieren. Ah, dat menich. Okay, nimm mal ein Pass, dann hauen wir hier vor rein. Die Kacke bleibt aber eh, und die Kacke, Menü, Fisch, Bam. Dat brauche ich, so, sag mal. Also das, das Game hat schon mitgedacht wegen, wegen Streams, finde ich gut. Okay, äh, Video, Scheiße, Season. Mal gucken, ich wollte es da witzigerweise, äh, F... Ach, dat wegen, warte mal. Wartet mal kurz, weil ich, ich hab das jetzt auf der PS4, die PS4-Version, aber ich hab doch die PS5-Version auch irgendwo, da bin ich besoffen. Wartet mal kurz, ich schau mal kurz, wo die PS5-Dingspumps ist, weil dann muss ich halt nochmal ein Spiel wechseln kurz. Ohne Momento. Ja, da dachte ich, was falsch läuft. Ah, okay. Digga, digga. Digga, digga. Digga, digga. Digga, digga. Digga, digga. Habe mir doch gedacht. Okay, das heißt, wir müssen nochmal das Spiel wechseln. So eine Scheiße. Okay. Gut. Ist halt wieder, das ist typisch ihr Ich. Gut. Dann. Nochmal raus, nochmal raus, raus, alles raus. Okay. Dann halt nochmal das Spiel wechseln. Fuck. Okay. Dann halt nochmal das Spiel wechseln. Okay. Das ist alles was für Leute. Dann halt nochmal das Spiel. Dann halt nochmal das Spiel. Also habe ich dann noch das, was sie ebenso. In der ад! Also habe ich dann aufgeised, was sie zu mir? Das ist richtig. Dann halt nochmal das Spiel. So, ich glaube jetzt. Ich glaube jetzt. Ja, da sind wir. Jetzt gibt es hier FIFA FC Scheißen-Dreck-Season-mäßige Dingsbums. Wir hatten vorher, waren wir kurz auf der PS4-Version, aber nee, ich mache die PS5-Version. Danke dafür. Das habt ihr, auf YouTube seht ihr das eh niemals, deswegen ist es ja scheißegal. Und Liga 7 bei der Vierer-Version bin und hier Liga 6 bin und bald mal Liga 5. Das heißt, ich klicke voll auf die Fresse wahrscheinlich. Aber egal. Den habe ich denn nicht. Scheiße, so habe ich die. Der Streaming-Modus. Irgendwas ist immer, oder? Irgendwas ist immer. Ich kriege zu viel. Fuck. Ja, Mucke ist in Ordnung. Mein Gott, ey. Audio-Kommentator-Schnauze. Da brauchen wir 5. Stream. Jetzt können wir starten. Halleluja. Eine Geburt, ey. Season. So, wen hatte ich jetzt hier? PSG oder was auch immer wenn? Nee, nee, nee. Ich will hier wenn. Dann Bayern. Die FC Bayern tut's, Alter. Wo ich mir denn auch nichts kann, aber egal. Sind die... Habe ich irgendjemanden gespeichert? Nee, kann ich wieder... Oh Gott, ich kann wieder alles ummeintern. Ich kann wieder alles ummeintern. I love it. Okay, nee, warte mal. Gibt's hier irgendjemanden da? Warte mal, warte mal, warte mal. Genau, da hauen wir dich rein. Natürlich, ich tue es, als würde ich mich auskennen, aber ich kenne mich nicht aus. Also... Von daher, du da. Einfach auf die Zahlen schauen. Das ist das Beste, was du machen kannst eigentlich. Also das ist das, was ich eigentlich immer sowieso mache. So, Müller, aha. Was sind das? Wie tut's das? Das ist so... Du wechselst dann. Äh... Du gehst sowieso zu dem gleich, weil der ist scheiße. Äh, sonst ist alles 80. Geil. Der Kame, der bleibt sowieso. Vollgas drinnen. Äh... Also, okay, ja doch. Du bist rausgewechselt, aber du wirst dann reingewechselt. Zwar zu dem. Und dann brauchen wir noch... Dann nennen wir noch den für den. Passt. Eins, zwei, drei, haben wir. Wir haben mehr Möglichkeiten. Also schnell wechseln geht ja nicht mehr, oder? Ja. Genau, schnell wechseln geht nicht mehr außer drei. Aber insgesamt kann man mehr wechseln. Passt. Damit kann man leben. Gib ihm. Keine Scheiße ausgehen. So, bin ich auf laut? Jo. Dann. Let's fucking do this shit. Let's fucking hope that it's work. Beziehungsweise, dass es nicht herum laggt. Weil ich denke, so eins gegen eins könnte ja gehen. Das ist gleich wie Tech-mäßig. Könnte man auch machen, weil es ist eins gegen eins. So bei Call of Duty oder so wäre es dann schwierig, weil es mehrere dudes sind. Ich weiß es nicht. Könnte man auch mal probieren. Hab ich das schon mal probiert? Wie kommt vor? Ich hab schon mal irgendeinen Shooter. Weil die sind hier überspringen die Scheiße. Danke. Nee, Kollege. Ach Gott, der hat mal wieder da tut, Alter. Ja, hab ich schon mal Call of Duty oder irgendwas? Gestreamt? Let's play? Whatever? Ich weiß es gar nicht. Aber auf jeden Fall, ich glaube, das funktioniert. So, okay, auf jeden Fall auch keine Arena, die was so einen Scheiß-Schatten hat. Und es fühlt sich ja wieder komplett anders an, weil du auf der Fünfer der Scheiß spielst. Scheiße, fühlt sich das anders an. Also richtig kacke eigentlich auch. Es fängt schon gut an. Es fängt schon richtig gut an. Es fühlt sich irgendwie ganz komisch an. Es verzögert auch irgendwie. Ja, es fühlt sich versögerlich an, weil ich auch lag wie Sau. Yo. So schaust du aus, Meister. Alter, genau. Keine Muff. Die kann man es aber irgendwie auch viel zu hoch. I don't like it. Okay, Wolltini. Der weckt deinen fetten Jarrack, du Duparabatschko. Wo der hinwirft. Wo der hinwirft. Kannst du, kannst du echt. Warum ist die Kamera so weiterhoben? Was ist das? Verpiss dich, du Fotze. Alter, diese scheiß schweren Schüsse, Alter. Ich weiß nicht mal, wie die gehen. Oh yeah, ich sehe es, komm, das wird so eine Niederlage, Alter. Get the fuck out hier. Hier war doch nicht der Nachteil, weil ich auch noch hier labern muss. Aber okay. Weg hier. Weg hier. Weg, weg, weg. Einfach weg. Der ist noch nicht mal draußen. Ich glaube, ich spinne. Doch ist er. God fucking damn it. Stabil. Sehr gut. Und haust du den, kaufst du den. Komm dann. Fuck. Elfer, du Fotze, Schirche, Mensch, Geburt. Und rot. Okay, egal. Okay, Elfer. Bitte, 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 Herbert Grönemeyer. Da ist er. Was will ich mehr? Ich habe nicht darum gebeten, dass es einen Elf gibt, aber pfff. Von fucking Miras? Den kann er haben. Ich habe immer Angst, wenn ich zu viel Power mache, dass es dann irgendwie ins Nirvana geht. Hatte ich oft genug. Hallo, ich will wechseln. Warum? Hallo. Was sauft der eigentlich? Ja, bis sie da war. Gut, Alter. Ich glaube, der hat eine Idee, wenn er ein Eckding macht. Kann das sein? Er tut ja. Lass die Scheiße jetzt. Passt doch, du Kurvo. Du bist ein Murug. Du hast ge... Er zeigt an, dass er kann. Er kann aber nicht. Du vollidiotus Schircher. Fuck. Diese Scheißschüsse, diese... Overpowered... Jawohl. Fick dich, du Fotze. Alter. Murug. Oh, pfff. Gut, mein Kameras stehen, das nervt mich. Get the fuck out hier, Mann. Ich sag doch, er weiß, was er tut mit dem scheiß Eckball. Er weiß es. Das hilft dir nichts. Die Sau. Die Schirche. Das war irgendwie so, klar. Dann halt hier hin. Passt doch, Alter. Ich leck, es leck tot. Was ist mit dir? Behindert oder... Danke. Deine Arschlochkuh hat dich reingeschissen in deine Hure. Was? Ja, ist schön, wenn ich einen Angriff mache, dass es dann erst mal richtig schön leck, dass ich gar nichts machen kann. Das ist natürlich wieder ganz toll. Das mag ich. Alter, fuck. Alter. Hör mal auf, dann jetzt. Hä? Ja, geil, Alter. Ich kann nichts machen. Verpiss dich. Bisschen Unglück. Alter. 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 Hurensohn. Ohne Ende. Mann. Ich komme halt auch zu gar nichts in den Puff. Fotze. Geh doch. Du bist so ein Knecht mit deinem Trick. Unglaublich, Alter. God fucking damn it. Move. Schieß du vollidiot. Er ballert da vorne, der Hund, der Dreckige. Halleluja. Was du... So schaust du aus. Alter, er hupft doch. Alter, alter, alter. Gefällt mir gar nicht, was hier abgeht. Also for real, gefällt mir gar nicht. Ja, super. Ey, elfer, 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 freistoss. Keine Chance, du schwein, du schiere. Alter. Dieser dreckiger Huhn, sohn. What the fuck. Was ist mit dem Haverer? Bist... Bist der behindert? Alter, verpist dich, sonst fotzt ich dir eine. Schwein. Er schießt einfach nicht, weil er keinen Bock hat. Weil die Animation, das haben sie eh gesagt, das haben sie immer so gesagt, die Animation ist jetzt viel realistischer und deswegen braucht es halt drei Jahre, dass die Animation mal durchgeht, dass das Bein mal sich bewegt und alles mögliche dauert, halt gefilmt, drei Jahre, deswegen dauern die Schüsse so bescheuert lange, das ist halt nervig. Jawohl, so will ich das haben, schön für den Gegner. Der Gegner muss gewinnen, scheiß auf uns. Verpiss dich jetzt, ich habe ihn berührt, weil er deswegen faul, weil ich ihn berühre, es ist ein Foul, das ist klar. Der springt auch, du Wichser, er springt nicht mal, er springt nicht mal, weil er einfach keinen Bock hat auf die Scheiße. Hau ab jetzt, du Fotze, ich wollte mich vergessen, ich schalte das an. Bruder, muss los, muss einfach fucking los, muss los. Jo, übertreibt. So ein Bullshit-Tor, Alter. Kommt get the fuck out of here. Ach, fäng dich doch! Ich komm nicht zum Schießen, jedes Mal, wenn ich den Kreis drücke, passiert nichts. F*** dich einfach nur, F*** dich! Haust du rein, ich bin raus, schön weit, eigentlich überhaupt nicht. Ah, diese F***in Liga, Alter, ich sage euch, ich gehe ja kaum, weil ich hier ein Spiel verlassen geht da fuck out hier. Wollen wir gerne herumkämpfen, da kämpfe ich gar nicht herum, dass ich den Huren so ein besiegen kann, Alter, verpiss dich. Ah, vielleicht war es ein Fehler hier, dieses Scheißspiel nochmal zu machen, Alter. Komm, mach hin, du dummes Schwuchtel, wie weit ist denn der Basta gewesen, Alter? Aha. Ja. Ja. Unverdienter Hundesohn. Pfff. Falls es euch wundert, ja, ich bin ein schlechter Verlierer. Und ich bin auch ein schlechter Gewinner. Ich sollte eigentlich nicht online spielen. Tue ichs? Ja. Warum? Frag mich nicht. Aber Technik ist sogar noch schlimmer. Wenn ich technisch beordere, dann ist es noch schlimmer. Get the fuck gerade hier. Komm, mach, laber nicht so viel, macht einfach die Scheiße. Was ist denn das für ein Team, hä? FC Porto, was? Gesundheit. What the fuck? Mir liegt die PS4-Version irgendwie besser als die PS5-Version. Das ist mir zu realistisch. Noll. Endlich mal. Ich mach ein Tor. Was ist da los? For fuck's sake, Alter. Ich glaub, nächstes Mal, wenn wir mal wieder Fifa spielen, dann probier ich mir mal die PS4-Version. Ich glaub, das ist besser. Für meinen Gemütszustand. Schauen wir mal. Das ist irgendwie alles viel zu realistisch hier. Aber es ist ja mal ein Weltwunder, dass hier mal was funktioniert hat. Es ist ja mal ein Weltwunder. So, kann das jetzt bitte auch so bleiben? Das wäre ich positiv. Okay. I take it, du Schwein. Ah, fuck dich! Fuck dich! Fuck dich! Yo! Eh klar! Sonst keine Hobbys? Schwule-Dreck-Sau. Ne, 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 vergiss das, du Bastard. Guck, egal wie es läuft, ob ich jetzt gewinne oder verliere, ich muss mich aufregen. Ich komm niemals zu den Runden, oder? Nie im Leben. Oh. Erstens ist Elfer. Zweitens Freistoß. Drittens rote Karte. Viertens stirb und fick dich, du Hurensohn. Genau. Was? Ich hab, ich hab nicht mal über irgendwas gepeilt, aber okay. I take the door. I take the fucking door. Hä? So, wie kam ich, wie kam, wie, wie, wie hat der Vollidiot mich hier im Ball nicht abnehmen können, soll ich mich? I take it. Ich werde mal sehen, ihr Schweine. Wenn das so weitergeht, ich faul dich gleich so tot. Verpiss dich, du Bastard. Ey, klar. Ich darf wieder schön vor mich hin, hä? Ja, ja, vergiss das. Geh ich denn noch? Ne. Na komm, mach. Geh fein. Du Dutte. Wow. Alter, verpiss dich doch, wenn ich hier baller, du Balte. Boah. Mov, dein fettner Arsch, du Kurwa. Was? Pfleee. Oh, was hier? Pseids. Kolelke, wenn ich dich ja einmal mit der Finger kriegen würde, du Hundekind. Alles Verschwörung, Alter. Alle deine Verschwörung, diese Schweine. was tut denn der bastard der schirche verpiss dich jetzt alter klar war kein faul war gar nix er hat mich berührt ist kein faul ich berühre die dudes direkt ein faul so damit hier mal ruhe im karton ist das war so klar da kippt mit dem verpickten ball du bastard muruk oh schön schieß muruk faulie tot oder so erwoll kommt den da 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 ja fuck you alter wie kommst du da durch kurva du machst das genau ich habe mir gedacht okay ich habe umgedacht aber okay du kleine dreck sau da ist mir acting ist mir scheiße geil so lange eigentlich irgendwie durchkommt der wichser kann ja keine acting guck was hat er jetzt was hast du es vor junge als ob das funktioniert da kann man jemand ich trau mich nicht mal kreis drücken weil es dann direkt wieder faul ist und faul beim dings muss wissen alle was das heißt elf meter der hund ist wieder so langsam das ist unmöglich alter einfach rein kretschende typen scheiß torwart scheiß spieler scheiß scheiß eilers scheiß game keine chance der was ist das für den fucking abwehr diese hunde könnte eigentlich totfaul jawohl faul ich habe mal faul bekommen in dieser welt unter der muss hoch hoch wobei scheiß drauf nichts hoch hier hin alter verpiss dich bei sich alter oder keiner in der mitte alter diese kleine hure diese schieche alter ich habe nicht mal kreis ich habe nix gedrückt und es ist einfach faul weil das spiel einfach asozial ist scheiß game ich hatte ihm in den plan so circa aber irgendwie auch nicht so das ist mein baum ist gepackt ja wer auf das spiel macht mich wahnsinnig falls man das merkt alter verpiss dich jetzt du fucking ball lauf vor du schwuchtel der hund ist dumm der hund ist dumm god fucking dammit eigentlich gar nichts mehr zum glück vorbei halleluja scheiße man oder mein ich schlechter verlierer schlechter gewinner get the fuck out of here aber gut wir füllen zwei tage das ist schon mal sehr praktisch und positiv und die sehr kleine alles einfach könnte man weiter tun ja danke komm schon da bin wir noch nach hause bringen please please peace dich diese verdammten in welcher welt war das so faul? kannst du mir das erklären? wenn er dann hinfliegt mit absicht schieß doch du gott alter er schießt dich er passt dich er macht gar nichts weil er keinen bock hat ehrlich ich muss echt eine ps4 version machen das ist echt nervig des todes jetzt verpiss dich einfach natürlich bin ich wieder der 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 böse klar und deswegen kriege ich das nicht ein tor ich wollte passen hallo boah der passt drei jahre später ist unmöglich diese scheiße jetzt geh doch zurück dann wo siehst du mit dem behinderten knechten alter der sauf nie an die einladen hat schwule drecksau das ist kein absatz ne 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 brauchen wir nicht fick dich das denk ich mir nicht du schwuchtel schicher mensch alter verpiss dich ich komm nicht zum passen ich komm nicht zum passen ich komm zu gar nichts schau es dir doch an schau es dir doch bitte an wie wie kollege alter ein weltwunder ist ja mal ein weltwunder weißt du was ich knöte einfach rein was la war der innenriss flach flach was la war der außenriss schnutzen ja einfach irgendwo rein die pissgurke alter was weiß ich der kam gut glaub ich komm pass du Fotze hä? da ist keiner du Murug ja mir raus Move deinen fetten Kackhaufen ich seh dich kollege schieß jetzt aber ok er hat wenigstens mal geschossen er hat schon mal geschossen das ist schon mal ein Vorteil oh Leute ich sag es euch oh jawohl danke schön fucking danke schön endlich mal passiert hier was guter in dem Puff schön durch die nicht durch die Beine aber schön ist ja mal ein Weltwunder ist ja mal ganz schön du kannst dich gleich verpissen verpiss dich du Fotze du Schirche so nicht das funktioniert komm ich jetzt runter ja was weiß ich Thomas Müller holst du den kaufst den ich hasse Eckdinger verpiss dich schade schade kollege der läuft irgendwie irgendwie viel zu easy was soll die kacke was soll die kacke schieß ok wir machen verfickt gut Druck machen verfickt gut Druck der Drecksau der Hure der Schirchen ich wollte es zu viel ich wollte zu viel ich wollte zu viel jetzt kassier ich ein Tor jetzt kassier ich ein Tor jetzt kassier ich jetzt kann man sehen einfach totfaul einfach totfaul nimm danke naja es liegt alles an dir kollege wenn du einen Fehler machst ich schwör es dir du bist raus bist einfach raus raus aus dem Universum ich will hier keinen ich will hier nur 0-0 sind bei den scheiß Huhns und Gegnern ich verdiene nix du vollidiot spring nicht so schwul aha aha das war nix das war Ball recht Ball geil was ist jetzt mit deiner Tanzerei du Affen Hurenkind äh sauft der Typ eigentlich komplett bisschen ja genau danke alter bewegt dich schieß und du Hurensohn wechsel sein Großvater weißt du was ich wechsel jetzt hier gleich get the fuck out also den zweiten hast du auch gewechselt ja ok alter fucker ey was macht die mit mir ja so und alle noch irgendwie wechseln was man wechseln kann Innenverteidiger ja schaust Linksverteidiger Links ah ne dann den äh ne dann haben wir noch rechts und rechts rechtsverteidiger oder oder ja wenn auch noch was geht ok schade ok gut 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 ich denke dass ich hier mit leben kann kaum 10 minuten der also 10 minuten sind sie nicht der kann doch gar nichts der kriegt keine drei Tore mehr auf die Reihe aber verstehe ich auch leider nicht was hier dabei bleiben wenn die merken ok ich hab das verloren wie kann man auch in dem Spiel bleiben das werde ich nie verstehen also wenn ich weiß dass ich das verlieren werde und nicht irgendwie wenn es knapp wäre oder so wenn es noch eine möglichkeit gibt aber hier gibt es wahrscheinlich keine möglichkeit mehr das wird wenn ich den jetzt gleich totfaul mhm schwuchtel danke dir move du zeigst an du laufst dann lauf willst du mich alle ficken du verficktes scheiß Tor alter alter du Hurensohn du gottverdammter Sohn einer verfickten oh hast du schon mal gesagt dass ich das Spiel hasse wenn ja wenn nein sag ich jetzt nochmal ich hasse dieses Spiel weg hier gott im pisst ja ist ja eh wieder nicht mal ein faul was da los du Idiot boah diese PS5 Version ist echt ne du dreckiger Hurensohn Ballein einfach rein du Fotze ok nochmal ok ja nice I've won this motherfucking asshole shit game ok Leute wir gehen jetzt noch kurz zu Tekken scheiß drauf oh god wir haben einen Ding gewonnen bei fifa das ist gut wir gehen jetzt noch mal kurz zu Tekken denn ich druck das ist Fifa auf die PS5 das geht nicht das ist zu Hardcore ich bin jetzt für Liga 5 aufgestiegen Katastrophe eigentlich aber ok aber ich druck das ist nicht pfff mach mich fertig das mach mich doch fertig das mach mich doch fertig also äh dann stelle ich jetzt hier nochmal kurz alles um mal fuck off huuuh und dann gehen wir nochmal kurz ein bisschen Tekken und dann war es das für den Stream so komm mal dran Knödel mal voll rein Dendrack knödel mal voll rein bei der PS4 das ist eh dann die Streamingmusik hier aus pass auf den yeah yeah on go with the beat und bis gleich fuck ich lass mich jetzt gleich 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 auf Lautscheiß drauf wo ich wo Vielen Dank.